hallo ist die sopa ich bin in dieses hotel Cheyenne und gehe heute abend bei des Chakwein Café zum Abendbuffet ich glaube es gibt sogar ein Grillbuffet ich lasse mich überraschen das habe ich noch nie gemacht hier also seid gespannt ich zeige euch natürlich was es gibt und auch was es kostet ich meine es kostet 40 Euro aber wir werden es jetzt sehen bis gleich so ein Preis steht nicht mehr dran aber ich glaube es waren 40 Euro also 40 Euro das Café genau das habe ich vorhin gemeint das ist der zweitgliedigste Preis so 40 Euro und 22 Euro für Kids so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020